Willkommen, willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum mit mir, Peterbuss von Kreek.de und dem dunklen Rächer-Dude und diversen Irren, die freigelassen worden sind von Harlequin. Hey Bro! What the shit? Du hältst ja mal gar nichts aus. So, Dr. Boden wünscht Einlass. Harlequin ist beweglich. Au, 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 au. Au, 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 au. Okay, das hätte ich wahrscheinlich früher machen können. Hat sich gelohnt für dich die Waffe zu holen. Au, 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 au Alter Schwede. Erst hänge ich an unsichtbaren Drecksachen fest. Nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. God damn it, Harley. Musst du mir denn alles schwerer machen als nötig? Uh. Thompson mit Trommelmagazin. Uh. Ich habe hier kein Kontrollding, was ich ausschalten könnte. Jetzt geht das wieder los. Hä? Da habe ich ein Kontrollding, was ich ausschalten kann. Patientenberuhigungssystem deaktiviert. Ha, ha. Patientenberuhigungssystem deaktiviert. Also Elektroschocks machen das halt mit allem, ne? Die beruhigen einen ganz immens. Richtige Richtung oder falsche Richtung? Richtige Richtung, wenn es in die andere gar nicht mehr geht. Was ist die Schwierigkeit von diesen Dudes? Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, sie sind halbwegs schnell, aber... Los, Doktor Boden, er bittet Einlass. Was ist hier? Nix, 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 nix. Das wirst du gleich sehen. Oh, wie nur, oh, wie nur. Das weiß ich selber noch nicht so genau. Ja, ach. Glaubst du denn, was ich hier gerade plane? Willst du mir das Ding wiederholen, Bass? Ich werde mehr, Bass. Komm, mach was. Nein, wir stehen. Den anderen. Batman. Komm, ihr dürft Tausende töten und ich darf keinen einzigen töten. Das ist doch nicht fair, sowas. Ja, scan den Boden und schau, ob der Boden rein darf. So, wir wissen, was... Moment, falsche Richtung. Ach, das gibt's jetzt nicht. Uh, Stoppelbart. Naja, der muss auch wachsen, ne? Ich meine, der rasiert sich ja hier konstant nicht. Geht ja gar nicht anders. Yes, 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 yes. Ich weiß doch. Beleidigungen. Ich weiß, dass du das Problem hast, boi, yes. Siehst du die beiden Gäste da oben? Ich weiß, schockierend. Wie sollst du sie schützen? Keine Angst, das ist so schlecht. Zeit, die Druck aufzunehmen. Zwei Minuten und dauert. Unbefuglos. A girl could have hours to pass with a toy like that. Have a job, Matt. Powerball, blow, 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 and green. What? 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 What about you got to do? Und do... How about you? I'll miss you. Not you. Not you. I'll miss you. Oh, and now you have only 30 seconds to get out. Bye bye. Okay, das sieht doch super einfach aus. Das ist echt die größte Lüge, die Batman allen hier erzählt. Wenn du sie findest, geh nicht einfach auf sie, von mir. Wohin? Er brennt, Destroyer Titan Production. Raus? Okay, offensichtlich so, ne. Er soll nicht offensichtlich raus. Echt so, seid halt einfach mal zufrieden mit dem, was ihr habt. Das wirst du jetzt bestimmt wieder hinkriegen. Du Profi. Das ist der einzige Weg, Zerstörung des Objektes ist. Hey! Das war es doch, oder? Was für eine Tür habe ich denn damit gerade aufgemacht? Ja, der Boden ist zwar nicht sauber, aber sauber genug. Da lang kann ich ja nicht, da geht es dann irgendwo mehr weiter. Komm schon. Triff das eine Scheißding! Oh Gott. Achso, ich dachte, sie macht den Boot wieder an. Ich will nicht gescannt werden. Meine Privatsphäre ist mir sehr wichtig. Gibt's da? Oh, der ist da oben. Achso. Gott sei Dank gibt's immer genau einen Weg. Du. Freak. Swoosh. Sch. 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 Sie sind alle Menschen, Victor. Sie sind alle Zolle, Victor. Sie sind alle Zolle. Sie stöpfen, in der tägliche Krise. Sie warten für jemanden. Sie blicken sie. Sie sagen, sie töten sie. Die Polizei sagt, dass Sie sie murdered, oder liberate sie, 20 junge Frauen, in den letzten drei Monaten. Sie haben ihre Rolle gespielt und verlassen. Sie waren alle glücklich. Sie waren alle Glück, ich vermutlich mit dir agree. Wie geht es dir, Miss Cassidy? Was ist die Zelle? Nein, das waren die da. Was ist die Zelle? Ich habe deine Zellung. Oh Gott. Harley Quinn hat wieder einen Bitzelboden. Hier kommt er, Mr. J! Excellent. Ich lasse es dir dann, mein Lieber. Ja! Ähm. Ähm. Alter, wie oft... Muss ich den Rechtsklick drücken, damit das... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal funktioniert es grandios. Sieht richtig gut aus. Und dann, in ungefähr 90% der Fälle, drücke ich rechts, drücke ich rechts, drücke ich rechts und es passiert einfach gar nichts. Grad schon wieder. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich verstehe das Prinzip nicht. Hahaha. Ja, das kann ich ja nur noch überleben, wenn ich das mit dem Blocken endlich mal hinbekommen würde. Nein, nein, nein. Nicht du. Wow! Ah! Nääääh! Näääh! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Nochmal! Wann muss ich ploppen drücken? Es wird mir eine Rätsel bleiben. Und ich weiß, wir werden jetzt Kommentare geben. Ja, du musst dann und dann und ihr und so. Und tralala ist doch voll einfach, Mann. Ja, klar. Wenn man es nicht selber macht, ne? Kann ich vielleicht diese Plattform da wechseln? Gibt es? Aha. Das macht das alles ein bisschen einfacher. Ja. Nein, verdammt nochmal. Nein, der Süß. Sag mal, wieso gleitest du mir denn so hinterher, du Pappnase? Kann jetzt mal einer von euch down gehen? Oh Gott, renn doch. Das ergibt auf jeden Fall schon mal mehr Sinn. Alter. Was? 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 Immerhin lasse ich mich nicht mehr auf den Boden brutzeln. Das ist doch schon mal ein Riesenfortschritt, oder? Nein, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Verdammt nochmal. Jetzt weiß ich, also in der Sekt, gerade eben wusste ich wenigstens, was ich falsch gemacht habe. Ich habe SDRG gedrückt nebenbei. Dann versucht er nämlich jemanden am Boden runterzunehmen. Was man nicht machen sollte, solange noch so viele stehen. Oder die so nah dran sind. Oh Gott, bewegt dich. War da einer mit Elektroschockern dabei? Gott. Au. Nein, 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 nein. Warum jetzt schon wieder nicht? Warum funktioniert es jetzt schon wieder nicht? Warum funktioniert es nicht? Oh Gott. Ich bin der schlechteste Batman in der Geschichte von jemals. Und gerade wird es mir auch peinlich. Oh, ey. Wieso, wieso funktioniert es nicht? Wieso nicht? Ich muss weniger links klicken, mehr rechts klicken. Und dann werde ich wahrscheinlich immer noch sterben, weil ich die ganze Zeit nur counter. Und der macht nicht genug Schaden, um die auszunocken und all so'n Shit. Ähm. Ja. Da drüben kommen die ersten. Pff. Er dreht sich so ganz komisch und sieht ja schon auch so aus, als hätte er vor zu blocken, aber er macht's halt nicht so richtig. Nein, nicht schon wieder. Muss ich in die Richtung drücken von denen vielleicht? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hör auf zu springen, du Krüppel. Was machst du denn? Gibt's ja gar nicht. Oh Gott. Nein. Ich bin der schlechteste Batman aller Zeiten. Der schlechteste Batman aller Zeiten. Niemals war ein Batman so schlecht. Niemals war ein Batman so schlecht. Niemals war ein Batman so schlecht wie ich. Oh Gott, ey. Nein! Ich muss in die Richtung drücken. Ich muss in die Richtung drücken. Dann geht's. Ich hab mich in die Richtung gedrückt und hab aufs Maul gekriegt. Au! Au! Kannst du jetzt mal fertig sein, bitte? Komm schon. Oh. Seht ihr, warum ich keine Konsole besitze? Weil ich mit sowas nicht klarkomme. Oh. Irgendwelche Sequenzen und tralala. Ah. Nicht mein Fall. Nicht mein Fall. Ey. Oh. Ach, komm. Ach, komm. Harley Quinn kann doch nicht so einfach auseinanderzunehmen sein, ne? Ach, komm. Die kann da durchklettern. Sicherste Gefängnis aller Zeiten. Mit Abstand zwischen den Stäben. Größer als der Kopf der Insassin. Guck mal, hier. Der eine in der Mitte da. Der da. Der liest nur. Der da auch. Oh, das ist ne Pyjama-Party. Die haben sich hier zusammengefunden, um in aller Seelenruhe ihre Lieblingsbücher zu lesen. Und Geschichten zu teilen. Und ein paar sind schon eingeschlafen. Und ja, ich versuche nur davon abzudenken, wie grauenhaft ich mich gerade geschlagen habe. So. Dann verlassen wir mal die Pyjama-Party und wir sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben es gefallen. Dann like belassen, hörst du sagen, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren und wie immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.